Ja, wir haben diese Woche im Deutschen Bundestag das Jahressteuergesetz beschlossen. Steuern, eigentlich ein total langweiliges Thema für viele. Und die meisten ärgern sich auch manchmal, wenn sie Steuern zahlen müssen. Aber wir haben hier eine Lösung gefunden, nämlich, dass wir die Werkswohnungen anders besteuern. Ein Thema, das in München und in den Ballungszentren insgesamt eine große Rolle spielt. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier eine Lösung gefunden haben, was den Geldwertenvorteil betrifft. Es zeigt sich also, es lohnt sich, Themen an die Abgeordneten heranzutragen. Und ich bin sehr froh, dass meine Fraktion, die CDU, CSU, Bundestagsfraktion, mich da von Anfang an tatkräftig unterstützt hat, dass wir mit dem Finanzminister hier eine Lösung gefunden haben und jetzt hier eine wirkliche Entlastung im Jahressteuergesetz gefunden haben.